Herzlich Willkommen zu den Videocutters der De Olamanca. Mein Name ist Peer Holm und heute verkosten wir gemeinsam den Tomiar Tempranillo. Ein Jungwein aus der Rebsorte Tempranillo, der schon in der Farbe sehr jugendlich erscheint. Diese wirklich deutlich violetten Reflexe zum Rand hin. Man sieht die Jugendlichkeit des Weines. Wenn man rein riecht, hat man auch sofort jugendliche Frucht, Kirsche, rote Beeren, aber auch ein bisschen was in Zwetschgen-Richtung. Am Gaumen setzen sich diese Aromen von jugendlicher Frucht, von frischer Frucht sehr schön fort. Man hat eine belebende Säure, eine gute Länge, ein Wein, der auch leicht gekühlt bei 14, 15 Grad toll genossen werden kann, auch im Sommer und dann einen hervorragenden Trinkspaß bietet. Musik 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 Musik